Heute haben wir zu reden über Optionsstrategien. Wir sind im Text ab Seite 127. Das Ziel einer Optionsstrategie bezieht sich darauf, was ein Investor bezüglich der Preisentwicklung eines Basiswerts erhofft oder erwartet. Wer unterscheiden bullige Strategien, die dann einen Gewinn erzielen, wenn der Basiswert über den geplanten Zeithorizont steigt. Eine bärische Strategie gewinnt, wenn der Kurs des Basiswerts über die Zeit fällt. Wir können auch Positionen erzeugen, die dann gewinnen, wenn sich der Basiswert viel nach unten oder viel nach oben verändert, also eine hohe Volatilität mit aufweist. Und genauso gibt es Strategien, die auf eine niedrige Volatilität beim Basiswert setzen. Das heißt, dass sich der Basiswert wenig um einen bestimmten Kurs herum bewegt bis zum Verfallszeitpunkt. Wir werden unser Vorgehen bei der Analyse weitgehend standardisieren. Das heißt, wir interessieren uns für das Strategieziel, den maximal erzielbaren Gewinn, den höchstmöglichen Verlust, den Break-Even-Preis des Basiswerts bei Verfall der Optionen und den Kapitaleinsatz für die Position, der im Übrigen negativ oder auch positiv sein kann. Wenn nämlich die Strategie Short-Positionen beinhaltet, kann es ja sein, dass es beim Eintritt in die Position zu Nettoeinzahlungen kommt und eben nicht zu Nettoauszahlungen. Das Strategieziel untersuchen wir am einfachsten anhand des Gewinnprofils. Da sehen wir sofort, für welche Preise beim Basiswert Gewinne oder Verluste erzielt werden. Wir schauen uns mal die erste Strategie im Text an. Im Text ist das Writing Covered Call, das ist das Schreiben eines gedeckten Calls oder gedeckter Call Short. Das ist diese Geschichte hier. Das ist also die Kombination aus dem Kauf einer Aktie, Longstock, und dem Verkauf eines Calls, ein Short Call. Covered oder gedeckt bedeutet, dass die Verpflichtung dem Call-Inhaber auf Verlangen, die Aktie zu liefern, dadurch abgedeckt ist, dass der Call-Verkäufer die Aktie schon besitzt und sie sich nicht erst am Markt zu möglicherweise ungünstigen Preisen erst beschaffen muss, wenn der Optionsinhaber seinen Call ausübt. Am Gewinnprofil eines gedeckten Calls sehen wir aber, dass er so aussieht wie ein Put Short. Schauen wir uns den Put Short an. Die dicke Linie beim gedeckten Call Short, die hier sieht genauso aus wie die dünne Linie vom Put Short. Das ist die gleiche Risikostruktur, die gleiche Zahlungsstruktur. Diese Position bleibt ein bisschen limitiert im Gewinn für Aktienkurse oberhalb eines X, aber für Aktienkurse unterhalb von X verliert diese Position. Der Verlust ist begrenzt, aber schmerzhaft, wenn nämlich der Aktienkurs bei genau Null ist. Je tiefer der Aktienkurs ist, umso mehr verliert die Position. Nun liegt die Frage ja nahe, warum sollte jemand die Mühe und die Kosten auf sich nehmen, zwei Finanzinstrumente zu traden, wenn er die gleiche Risiko- und Gewinnstruktur mit nur einem Finanzinstrument nachbauen könnte. Wir nehmen die Daten aus der Seite 137 im Text. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Optionen und Preisen. Da ist der Aktienkurs 25, da gibt es ein Put mit 3,32, ein Call, der kostet 3,85, das Ganze für einen Ausübungspreis von 25 und der Verfall ist in 134 Tagen. Wenn der Aktienkurs 25 ist und der Ausübungspreis auch 25, dann sind diese beiden Optionen gerade so am Geld. Die haben zwar noch keinen inneren Wert, aber sie sind immerhin schon mal am Geld. Dann schauen wir uns mal die ganze Geschichte für den Put Short an. Der Put kostet ja 3,32, das heißt der Trader verkauft diesen Put und vereinnahmt erstmal 3,32 in T0. Wenn der Aktienkurs höher ist als der Ausübungspreis, dann passiert gar nichts, weil dann wird der Put gar nicht ausgeübt. Dann kann er seine Prämie behalten, sind diese 3,32 und alles ist cool. Wenn der Aktienkurs aber niedrig ist unterhalb vom Ausübungspreis unterhalb von 25, dann wird der Put-Inhaber seinen Put ausüben und gewinnt 25 minus S. Und das ist der Betrag, den der Verkäufer, der Stillhalter, verliert, also minus 25 minus S. Insgesamt, wenn man die Klammer auflöst, ist das S minus 25. Wenn man dann noch dagegen rechnet, die 3,32, die er schon bekommen hat, dann sind wir bei S minus 21,68. Er könnte also auch verlieren, wenn der Aktienkurs niedrig ist. Nehmen Sie nur an, der Aktienkurs sei 0. Dann sind wir hier bei 0 minus 21,68 und hat er 21,68 Euro verloren an dieser Geschichte. So, jetzt gucken wir uns mal an, was das mit dem gedeckten Call Short zu tun hat. Der besteht ja aus dem Kauf einer Aktie und dem verkauften Call. Der Call kostet 3,85, bringt ihm also 3,85, sodass er also einen Einstandspreis hat von 21,15 insgesamt. Wenn der Aktienkurs hochgeht, dann hat er aus dem verkauften Call eine Verpflichtung, nämlich der Call ist dann Wert S minus 25 und er als Stillhalter verliert diesen Betrag. Dann sind wir bei minus S plus 25 oder 25 minus S. Der Aktienkurs ist das, was auch immer er ist und wenn der Aktienkurs unterhalb von X ist, dann verfällt der Call wertlos, dann gibt es auch kein Problem. Also ist seine gesamte Zahlungsposition entweder 25 oder ST. Und wenn wir dann dagegen rechnen, was er schon verauslagt hat im Zeitpunkt T0, dann sind wir bei 25 minus 21,15, ist aber immer noch bei plus 3,85 und hier ST, was auch immer S ist, minus 21,15. Und wenn man das vergleicht, sieht man ja sofort, die Zahlungsstruktur ist ja total ähnlich wie beim Put Short. Es sind nicht absolut die gleichen Zahlen. Das ist klar, aber die Zahlungsstruktur und die Risikostruktur ist die gleiche. Wenn wir also die beiden Positionen vergleichen, dann fällt uns natürlich als erstes auf, dass in der Einposition ein Kauf der Aktie dazu führt, dass wenn Dividenden bezahlt werden, dann kommen die dem Besitzer der Aktie zu. Beim Put Short hat man keine Aktie. Aber wenn man hier den gedeckten Call Short gemacht hat, dann hat man immerhin eine Aktie. Wenn also die Aktie Dividenden zahlt, dann ist man immerhin mit ein paar Mark dabei. Aber das ist nicht der eigentliche, wirkliche, wichtige Unterschied. Der wichtige Unterschied ist eher in der Flexibilität der Position. Nehmen wir mal an, nach 28 Tagen stellt der Investor fest, dass die Aktie in die falsche Richtung für ihn läuft, nämlich nach unten. Sagen wir mal, die liegt dann bei 22. Nach 28 Tagen sei also der Aktienkurs bei 22. Dieser Call, der ist ja immer noch erhältlich. Das ist ein Call 25, der irgendwann fällig ist. Aber jedenfalls, der hat ja auch einen Preis. Und jetzt ist der Call genauso wie die Aktie runtergegangen im Preis. Der Call 25, ein 25er Call ist jetzt deutlich aus dem Geld. Und der kostet den Markt, sagen wir mal 1,42. Jetzt kann der Trader nämlich folgendes machen. Er hat in T0 diesen Call verkauft, der für ihn bedeutet, wenn er ausgeübt wird, wenn der Aktienkurs hoch ist, dann ist 25 minus S. Und den gleichen Call, den kauft er nochmal für 1,42. Und das bedeutet, jetzt hat er einmal einen Call 25 verkauft und einen Call 25 gekauft, sodass sich seine Verpflichtungen aus dem verkauften Call durch den gekauften Call genau ausgleichen. Das nennt man glattstellen. Sein Call aus T0 hat er jetzt glattgestellt, denn wenn Sie mal gucken auf die Zahlungskonsequenzen aus dem Call 25, einmal ist er hier 25 minus S und der Call Long ist S minus 25 und das hebt sich auch bis bei 0. Und wenn der Aktienkurs niedrig ist, ist es sowieso egal, weil dann wird keiner dieser Calls ausgeübt. Also ist er jetzt clean aus dem Call 25. Dann hat er immer noch seine Aktie. Was er jetzt zusätzlich macht, er verkauft nochmal einen neuen Call. Und zwar einen Call, der einen niedrigeren Ausübungspreis hat. Zum Beispiel einen, der ordentlich im Geld ist. Mit Ausübungspreis 20 und Aktienkurs 22 ist dieser Call im Geld. Der hat schon inneren Wert. Und der hätte eine Prämie von 3,60 Euro mit Verfall 106 Tage, damit wir da bei dem gleichen Ausübungstag sind. Dann hat er also 3,60 Euro vereinnahmt. Insgesamt durch diese Operation am 28. Tag hat er nochmal 2,18 Euro gemacht. Und was passiert jetzt mit diesem Call 20? Wenn der Aktienkurs oberhalb von 20 ist, dann hat er diesen Verlust 20 minus S. Dann wird der Call ausgeübt und dann verliert er diese Aktie, die vielleicht hoch ist. Dann hat er die nicht mehr, aber dafür hat er dann 20 Euro. Und wenn der Aktienkurs niedriger als X ist, niedriger als 20 in dem Fall, dann hat er kein Problem, hat er immer noch die Aktie. Also hat er jetzt, wenn der Aktienkurs niedrig ist, hat er eine Aktie, die ist irgendwas wert, aber weniger als 20 minus 18,97 Euro. Denn das sind die 21,15 aus T0 und die 2,18 Euro, die er nochmal zusätzlich vereinnahmt hat. Da ist er nämlich dann nur noch bei 18,97. Das reicht für ihn jetzt schon. Er hat jetzt seinen Break-Even damit vermindert. Und wenn der Aktienkurs hochgeht, dann hat er immerhin noch 1,03 Euro gemacht. Denn dann hat er 20 Euro aus dem Verkauf der Aktie. Und dann hat er noch die 2,18 Euro bekommen, hat in T0 die 21,15 ausgegeben, ist er immer noch bei plus 103. Diese Operation nennt man Rolling the Short Call. Denn was er macht ist, wenn die Position gegen ihn läuft, stellt er seinen Call glatt, den er hat, verkauft einen neuen Call, macht ein paar Mark und richtet sich ein auf diesen niedrigeren Kurs. Gucken wir uns noch ein Beispiel an, das vielleicht eine Spur realitätsnäher ist. Viele Trader nutzen einen gedeckten Call Short, um auf sehr kurze Sicht ein paar Mark extra zu verdienen. Dazu suchen sie sich eine Aktie, die eigentlich gut gelaufen ist und die ein gewisses Momentum nach oben hat. Aber jetzt hat die vielleicht mal gerade einen kleinen Durchhänger. Dann suchen sich diese Trader einen Call, der aus dem Geld ist und eine sehr kurze Restlaufzeit, oft zwischen einem und zehn Tagen. Gucken wir uns das hier mal an. Der Aktienkurs sei 115. Der Call auf diese Aktie könnte 1,55 im Augenblick kosten bei einem Ausübungspreis von 125. Der ist also deutlich aus dem Geld. Der hat keinen inneren Wert. S minus x ist negativ. Der innere Wert ist also 0 und dieser Call verfällt in zwei Tagen. Das sind also nur zwei Tage, die man überbrücken müsste. Der kauft die Aktie für 115 und verkauft diesen 125er Call für 1,55, sodass sein Kapitaleinsatz 113,45 ist. Und jetzt gucken wir uns mal verschiedene Preisszenarien an für in zwei Tagen. Wenn die Aktie einfach dabei bleibt und eingesetzt hat er 113,45, dann ist er bei 1,55, die er gewonnen hat. Das ist seine Rendite mit dem Call 1,37%. Wenn er das mit dem Call nicht macht, hat er nichts verdient. Er hat eine Rendite von 0%, er hat eine Aktie, die immer noch 115 wert ist. Wenn die Aktie in zwei Tagen einen Satz macht nach 120, dann hat er eine Aktie, die 120 wert ist und der Call verfällt. Denn der Call wird ja erst ausgeübt, wenn die Aktie über 125 ist. Dann hat er 120 jetzt in Werten, hat 113,45 dafür ausgegeben. Das heißt, sein Gewinn ist 655. 655 geteilt durch 113,45 sind 5,77% Rendite. Wenn er das mit dem Call nicht macht, dann hat er eine Rendite für diese zwei Tage von 4,35%, schon ein bisschen weniger. Wenn die Aktie wirklich abgeht, auf 124, aber immer noch unterhalb des Ausübungspreises, dann wird der Call nicht ausgeübt. Er behält die Prämie von 1,25, hat jetzt also einen Gewinn von 10,55, denn er hat 113,45 ausgegeben und jetzt hat er Werte von 124. Damit hat er einen Gewinn von 10,55. Im Vergleich zu seinem Kapitaleinsatz sind das 9,3% Rendite. Würde er das nicht machen mit dem Call, ist er bei 7,83% Rendite. Wenn die Aktie so hoch geht, dass der Call ausgeübt wird, dann hat er eine Aktie für 127 Euro, dann wird der Call ausgeübt, dann ist seine Aktie weg. Dann wird sie ihm nämlich weggecallt, dann hat er 125 aus dem Verkauf der Aktie, hat 113,45 ausgegeben, 125 hat er, hat er 11,55 Euro Gewinn, ist er bei 10,18% Gewinn. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger, als er hätte, wenn er die Aktie noch hätte, denn wenn er die Aktie noch hat, dann hat er ja 127 und nicht 125. Und natürlich gut, er hat dann auch mehr ausgegeben, aber unter dem Strich leidet jetzt seine Rendite. Und das ist das, was ein Trader bei dieser Operation mit dem gedeckten Callshort nicht will. Er will gar nicht, dass die Aktie ihm weggecallt wird. Er möchte eigentlich nur auf sehr kurze Sicht noch ein paar Mark extra machen, um seine Rendite aufzupimpen. Und natürlich kann der Aktienbesitzer diese Operation mehrfach wiederholen, wenn die nämlich gut gegangen ist in den zwei Tagen, dann kann er wieder einen Call verkaufen und wieder einen Call verkaufen und wieder einen Call verkaufen. Solange das gut geht und ihm die Aktie nicht weggecallt ist, kann er da natürlich immer mal wieder ein paar Mark extra machen. Wir sehen, dass es möglich ist, den Kauf oder Verkauf von Aktien und Optionen so zu kombinieren, dass die Zahlungsstruktur einer einzigen Option nachgebaut wird. Wir sehen, dass am Covered Call Short, der einem Short Put ähnelt. Oder an einem Reverse Covered Call, der sieht nämlich dann aus wie ein Long Put. Ein Protective Put, Aktie Long und ein Short Put, hat die Zahlungsstruktur eines Call Long. Diese dicke Linie sieht genauso aus wie ein Call Long. Und ein Reverse Protective Put, der hat die Zahlungsstruktur eines Short Calls. Die duplizierten, die durch die Transaktion von zwei Finanzinstrumenten, nämlich Option und Aktie, nachgebauten Optionen, die ähneln sich zwar, aber sie sind, wie wir gesehen haben, sehr verschieden. Sie bieten Flexibilität und Renditemöglichkeiten, die mit einer einzelnen Option nicht machbar sind. Schauen wir uns noch ein paar andere Strategien an, und zwar mal die, die auf hohe Volatilität oder auf niedrige Volatilität setzen. Das sind zum Beispiel der Straddle, der Strip, der Strap und der Strangle. Schauen wir mal hier auf den Long Straddle, da sehen wir sofort, gut, wir sehen, es ist ein Long Put und ein Long Call. Beide haben den gleichen Ausübungspreis. Diese Position gewinnt bei hoher Volatilität. Und wir sehen sofort, diese Position gewinnt für Aktienkurse unterhalb von diesem Break-Even und oberhalb von diesem Break-Even. Und wenn die Aktienkurse zwischen diesen beiden Punkten liegen, dann hat der Trader Verluste gemacht. Das heißt also, wenn die Volatilität niedrig ist, macht er Verlust und ist die Volatilität hoch, macht er einen Gewinn. Beim Short Straddle ist es dann umgekehrt. Da verliert er bei hoher Volatilität, da ist er dann im Minus, hier auch auf der Seite. Und nur, wenn die Aktie sich nicht so viel bewegt, am besten gar nicht, nicht zumindest von dem X aus gesehen, von dem Ausübungspreis der beiden Optionen, die haben dann beide den gleichen Ausübungspreis, dann ist er im Gewinn. Der Gewinn ist begrenzt, aber doch zumindest vorhanden. Ein Strip und ein Strap, die sehen so ähnlich aus, nur die haben dann entweder zwei Puts oder zwei Calls mit in dem Mix drin. Und das führt dazu, bei den zwei Long Puts profitiert er ja doppelt bei niedrigen Aktienkursen. Und bei dem Strap profitiert er doppelt bei hohen Aktienkursen, denn er hat ja zwei Long Calls. Und die Calls profitieren von den hohen Aktienkursen, da hat er zwei von. Man kann also auch sagen, pro 1 Euro, denn der Aktienkurs höher ist, macht er 2 Euro plus mit den Calls. Und bei den Puts, bei dem Strap ist das genauso. Pro 1 Euro, dass der Aktienkurs unterhalb von X ist, macht der Trader 2 Euro, weil er ja zwei Puts hat. Heißt also, das ist nicht so ganz symmetrisch wie die anderen Strategien. Dann haben wir noch den Strangle. Dieser Strangle ist im Grunde genommen so ähnlich wie der Straddle, nur er hat halt zwei Ausübungspreise. Das heißt, die beiden Optionen, mit denen da operiert wird, die haben zwei Ausübungspreise. Das zieht den Bereich, wo er verliert oder wo er verdient, weiter auseinander. Und ansonsten ist es aber auch eine Position, die entweder auf niedrige oder auf hohe Volatilität spekuliert. Dann haben wir Spreads. Diese Spreads sind Strategien, die Gewinne begrenzen, aber auch die Verluste begrenzen. Je nachdem, welche Preisrichtung der Anleger bevorzugt. Oberhalb oder unterhalb der Ausübungspreise. Wir haben hier wieder Strategien mit den Spreads, die mehr als einen Ausübungspreis beinhalten. Wir haben einmal einen Call mit einem Ausübungspreis, der ist niedrig. Und einen Call mit einem Ausübungspreis, der ist höher. Und das führt jetzt dazu, dass wir hier bei einem Bull Spread gewinnt die Strategie, wenn der Aktienkurs hoch geht, nämlich oberhalb von X2. Da ist der Gewinn dann auch begrenzt. Und unterhalb von X1, da sind wir im Verlust und der Verlust ist auch begrenzt. Und da kommt es auch nicht so sehr darauf an, ob wir das mit Puts oder Calls machen. Wir können es also mit Calls machen, wir können es genauso mit Puts machen. Wie Sie sehen, ist diese Bull Spread Geschichte machbar, sowohl mit Puts als auch mit Calls. Und bei einem Beer Spread, Call oder Put, da haben wir Gewinne, wenn der Aktienkurs niedrig ist. Und Sie sehen auch hier wieder, sind die Gewinnprofile doch relativ gleich. Wir haben die gleiche Zahlungsstruktur. Das sieht man sofort. So, dann haben wir noch sehr schöne Strategien, nämlich die Butterfly Spreads. Das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger, denn jetzt haben wir eine Strategie mit dem Long Butterfly, die profitiert von niedriger Volatilität. Wir gucken wieder an, wo die dicke Linie ist. Dicke Linie im Plus, wenn der Aktienkurs um diesen mittleren Ausübungspreis herum ist. Und bei dem Short Butterfly Spread, da haben wir Gewinne, wenn der Aktienkurs entweder unterhalb von X1 ist oder oberhalb von X3. Also wenn die Volatilität größer ist und wenn die Volatilität niedrig ist, haben wir Verluste. So, was typisch ist für den Butterfly. Erstens, wir haben vier Optionen und drei verschiedene Ausübungspreise. Man braucht für diese Strategie also eine Option Long, die aus dem Geld ist. Das ist dann die mit dem X3. Zwei Optionen Short, die am Geld sind. Das heißt, das ist X2. Da sind zwei Optionen Short mit Optionen, die am Geld liegen. Und eine Option Long im Geld, das ist dann die mit dem kleinen Ausübungspreis. Die ist dann auch schon mal im Geld. Und diese vier Optionen insgesamt, eine Long, zwei Short und eine Long, die führt dann zu diesem Profilgewinne, wenn der Aktienkurs um den mittleren Ausübungspreis herum verbleibt. Bei einem Short Butterfly profitiert der Anleger von hoher Volatilität. Man braucht eine Option Short aus dem Geld, zwei Optionen Long am Geld und eine Option Short im Geld. Also insgesamt wieder vier Optionen mit drei verschiedenen Ausübungspreisen. Und das Ergebnis sieht man im Bild. Für niedrige Aktienkurse und hohe Aktienkurse niedriger als X1 und höher als X3 gibt es Gewinn, begrenzten Gewinn, aber Gewinn. Und bleibt der Aktienkurs um den mittleren Ausübungspreis X2, ist die Volatilität also niedrig, macht man Verlust. Allerdings schlimmsten Fall ist es ein begrenzter Verlust. Wir schauen uns mal das Beispiel auf der Seite 137 an. Da sind 18 Optionen gegeben mit drei Ausübungspreisen und drei Ausübungsterminen. Die Preise, die Prämien sind gegeben in der Tabelle. Und fünf Strategien haben wir da vorgestellt. Short Straddle, ein Bear Call Spread, ein Strip, ein Strangle und ein Short Put Butterfly. Und steht natürlich auch schon drin, wie man die bildet. Muss man für die Klausur auch nicht auswendig können, die Strategien, sondern die Aufgaben, wenn sie eine Strategie beinhalten. Da ist die Strategie auch immer beschrieben, woraus sie besteht. Man muss aber dann jetzt das anwenden können, was wir jetzt anschauen werden. So, für den Short Straddle, mit dem fangen wir mal an. Das ist ein Short Call, Short Put. Und die Optionen, die zu verwenden sind, sind auch gegeben. Nämlich mit dem Ausübungspreis 65 für den Ausübungstermin April. Wir brauchen einen Call. Der wird dann 6,86 kosten. Und der Put ist mit 7,38 dabei. Beide sind Short. Das heißt, die Positionen verkaufen wir. Also machen wir mal. Erstmal gucken wir uns mal an, was haben wir denn überhaupt für ein Strategieziel mit einem Short Straddle. Ein Short Straddle gewinnt, wenn die Volatilität niedrig ist und verliert, wenn die Aktienkurse oberhalb dieses Break-Events sind und unterhalb dieses Break-Events. Dann sind wir im Verlust. Diese Strategie beinhaltet nur ein X. Wenn wir nur ein X haben, haben wir einen Preisbereich, den wir testen müssen, unterhalb von dem X und einen oberhalb von dem X. Wir haben also immer im Zeitpunkt T so viele Spalten für die Preisbereiche, immer nach der Regel Anzahl der X plus 1. Das ist ja auch plausibel. In diesem Fall also 2. Der Ausübungspreis ist 65 für Call und für den Put. Die sind beide geshortet. Das heißt, die bringen Geld. Jetzt haben wir schon eine Situation, wo wir gar keinen Kapitaleinsatz haben, sondern wir haben im Grunde genommen negativen Kapitaleinsatz, denn es kommt Geld in die Kasse. Dann schauen wir uns die beiden möglichen Szenarien an für den Zeitpunkt T. Wenn der Aktienkurs unterhalb von 65 ist, dann ist der Call aus dem Schneider, weil der wird nicht ausgeübt. Er ist dann Null. Aber für kleine Aktienkurse, jedenfalls unter 65, wird der Put ausgeübt. Der Put hat einen Ausübungswert von X minus S. Aber die Short Position verliert diesen Betrag, sind also 65 minus S. Und beim Call, wenn der Aktienkurs hoch ist, haben wir für den Call einen Ausübungswert von S minus X. Aber der Stillhalter verliert das, ist also minus S minus 65. Das allerdings in Klammern, sodass, wenn wir das auflösen, sind wir bei 65 minus S. Und hier sind wir bei S minus 65. Wenn man dann die Gesamtposition errechnet, nämlich unter Berücksichtigung entweder der schon gezahlten Gesamtprämie oder in diesem Fall der vereinnahmten Prämie, dann sind wir hier bei S minus 65 plus 1424 sind S minus 5076. Und hier sind wir bei 65 minus ST plus 1424 sind wir bei 7924 minus ST. Und damit haben wir auch schon, in diesem Fall nicht so schwierig, unsere Break-Even, nämlich die Aktienkurse, für die der Trader gerade keinen Gewinn und keinen Verlust macht. Der ist nämlich 5076, das heißt dieser hier ist 5076. Wenn der Aktienkurs unterhalb von 5076 fällt, dann ist diese Position im Verlust. Und für Aktienkurse oberhalb von 5076 ist die Position im Gewinn. Wenn der Aktienkurs oberhalb von 65 ist, das ist hier die 7924. Wenn der Aktienkurs also in dem Preisfenster bleibt zwischen 5076 und 7924, ist die Position im Gewinn. Und ansonsten ist sie im Verlust. Der maximale Gewinn ist natürlich, wenn der Aktienkurs genau hier bei 65 bleibt, dann ist der Gewinn 1424. Also setzen wir entweder hier die 65 mal ein und schauen was passiert. 65 minus 5076 oder hier 7924 minus 65. In beiden Fällen kommt daraus 1424. Also der maximale Gewinn, dieser Punkt hier oben und zwar auf der Y-Achse ist dann der Punkt 1424. Den maximalen Verlust haben wir, wenn der Aktienkurs 0 ist. Da können wir auch wieder gucken. Wenn der Aktienkurs 0 ist, wenn dieses S 0 ist, wenn der Aktienkurs ganz runterfällt, dahin, dann haben wir für dieses Preisfenster alles so was, alles was unterhalb von 65 bleibt. Wenn der Aktienkurs 0 ist, ist das der maximale Verlust und der ist dann 5076. Und hier haben wir einen theoretisch unbegrenzten Verlust, nämlich der Aktienkurs könnte ja theoretisch bis unendlich groß werden und dann verliert diese Position natürlich Geld. Gucken wir uns den zweiten an, den Bear Call Spread. Ein Bear Spread ist also einer, der bei niedrigen Preisen im Underlying noch ein bisschen was verdient. Und er soll bestehen aus einem Call 55 Short und einem Call 65 Long. Und die Termine sind März. Dann gucken wir in der Tabelle, was kosten die. Hier muss man aufpassen. Short heißt, da kommt Geld in die Kasse. Long heißt, muss man Geld bezahlen. Der 55er ist ja jetzt schon mehr im Geld, der ist auch teurer. Das bedeutet, dass wir hier auch wieder eine Nettoeinzahlung haben. Und wir haben zwei Ausübungspreise. Wir haben nämlich einmal 55 und einmal 65. Und das bedeutet, wir haben drei Preisbandbreiten, die wir untersuchen müssen. Nämlich einmal unterhalb von 55, einmal zwischen 55 und 65 müssen wir untersuchen. Und dann höher als 65. So, nun sind das Calls. Das heißt also, das ist nicht so schwierig. Denn wir wissen, für niedrige Preise werden diese Calls nicht ausgeübt. Der 55er wird nicht ausgeübt und der 65er schon gar nicht. Wenn aber der Preis der Aktie zwischen 55 und 65 liegt, wird zumindest dieser Call hier ausgeübt. Allerdings vom Callbesitzer. Hier, dieser Call ist aber verkauft. Das heißt also, S minus X, S minus 55 ist das, was der Callbesitzer gewinnt. Und das ist das, was der Short Call verliert. Also Minus, Klammer auf, S minus 55, Klammer zu. Und wenn man die Klammer auflöst, ist man bei 55 minus ST. Und das gilt natürlich genauso, wenn die Aktie über 65 ist. Das ändert ja nichts. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man immer als X das nimmt, worauf sich der Call logischerweise bezieht. Der 65er Call wird hier auch noch nicht ausgeübt. Denn da haben wir 65 noch nicht erreicht, sind wir noch nicht drüber. Aber hier wird der Call ausgeübt. Hier sind wir aber im Call long. Und deswegen ist S minus X das, was der Callbesitzer verdient. So, dann rechnen wir wieder zusammen, was in den beiden Positionen abläuft. In der Summe. 0 und 0 ist 0, das ist nicht so schwierig. 55 minus S plus 0 bleibt 55 minus S. Und hier, das ist ein bisschen mehr, 55 minus S plus S minus 65 ist minus 10. So, dann nehmen wir noch die 5,29 aus T0 mit dazu. Das heißt, bei niedrigen Aktienkursen bleibt es bei den plus 5,29. Die sind dann vereinnahmt und nichts Böses passiert. Und das war's. Für die Preisbereiche zwischen 5 und 50 und 65, da sieht es dann anders aus. Da sind wir bei 55 minus S T. Und wenn wir dann noch die 5,29 Euro dazu addieren, sind wir bei 60,29. Minus S. Das heißt also, hier dieser Wert kann positiv sein und er kann negativ werden. Und wenn der Aktienkurs über 65 ist, dann hängt der Gewinn gar nicht mehr vom Aktienkurs ab, sondern es ist dann 4,71, nämlich minus 10. Und dagegen zu rechnen sind noch die 5,29 aus T0, bleiben immer noch als Verlust 4,71. Vergleichen wir das nochmal mit dem Gewinnprofil. Wenn der Aktienkurs unterhalb von 55 bleibt, das ist dieses X1, dann vereinnahmt der Trader eine Prämie, die Nettoprämie, die er da aus T0 hat. Das sind 5,29, die Behälter dann und das war's. Das ist sein möglich, das ist auch sein höchster Gewinn. Wenn aber der Aktienkurs zwischen 55 und 65 liegen sollte, also in diesem Bereich hier, dann hängt sein Gewinn oder Verlust davon ab, was jetzt der Aktienkurs wirklich ist. Und dann können wir eben sehen, 60,29 ist der Break-Even. Das heißt, dieser Punkt hier ist 60,29. Wenn also der Aktienkurs unterhalb von 60,29 ist, ist er noch im Gewinn. Und wenn der Aktienkurs oberhalb von 60,29 ist, dann ist er im Verlust. Und völlig unabhängig vom Aktienkurs sind wir, wenn der Aktienkurs oberhalb von X2 ist. Wenn der groß ist, hoch ist, über 65, dann hat diese Position insgesamt 4,71 Euro verloren. So, dann kommen wir mal zum Strip. Der besteht aus einem Long Call und zwei Long Put. In diesem Fall für einen Ausübungspreis von 55, sodass wir folgendes sagen können. Wir schauen nach den Preisen für den Mai-Termin für den 55er Call. Der kostet 12,57 und der Put, der kostet 3,23 und der ganze Put wird zweimal gekauft, also 6,46 insgesamt ist das ein Kapitaleinsatz von 19,03. So, dann haben wir einmal einen Call. Der ist nur was wert, wenn der Aktienkurs hoher ist, S-55. Und der Put wird ausgeübt, wenn der Aktienkurs niedrig ist, das ist X-S beim Put, 55-S, das ganze zweimal sind 110-2S. Dann schauen wir mal an, wie die Gesamtposition ist. Wir subtrahieren von diesen Positionen in T, subtrahieren wir die 19,03 in beiden Fällen. Kommen wir einmal auf 90,97, minus 2ST und hier kommen wir auf S-74. Na ja, wir haben ja schon minus 55 und dann nochmal minus 19, sind wir bei minus 74,03. Dann machen wir den Break-Even. Mein Vorschlag ist dann immer, hier ganz strikt vorzugehen bei der Gesamtposition, schauen, was muss der Aktienkurs sein, damit dieses genau 0 wird oder einfach 0 setzen, 90,97, minus 2ST gleich 0 und danach S auflösen, damit wir wissen, bei welchem Aktienkurs wird diese Position 0 sein. Und das ist sie bei 45,49. Also dieser Aktienkurs hier ist 45,49 und der zweite ist einfach, den kann man gleich ablesen, sind 74,03, das ist dann dieser obere Aktienkurs. So, und dann können wir noch gucken nach dem maximalen Gewinn. Der macht ja Gewinn, wenn hohe Volatilität ist, also einmal ganz unten. So, und dann brauchen wir auch hier wieder nur einzusetzen, was ist der Gewinn, wenn es 0 ist. Dann haben wir 90,97 minus 2 mal 0 ist 90,97. Also für diesen unwahrscheinlichen Fall, dass der Aktienkurs bei 0 ist, ist die Position bei 90,97 im Gewinn. Und hier für sehr hohe Aktienkurse haben wir zumindest theoretisch unbegrenzte Gewinne. Das ist dann diese Seite hier, wo es theoretisch nach oben gehen kann. Der maximale Verlust ist, wenn der Ausübungspreis erreicht wird, wenn also 55 der Aktienkurs ist. Und dann ist es egal, ob man hier 55 einsetzt oder hier 55 einsetzt. In beiden Fällen steht da minus 19,03. Und das ist dann dieser Punkt hier auf der Y-Achse 19,03 ist dann der Verlust, wenn der Aktienkurs sich nicht bewegt und zwar dann bei 55 bleibt. Dann schauen wir uns mal den Strangle an. Der soll hier konstruiert werden aus einem Call 65 Long und aus einem Put 60 Long. Der Put also mit dem kleineren Ausübungspreis und der Call mit dem höheren Ausübungspreis. Und dann gehen wir wieder ganz mechanisch vor, nämlich Long für beide dieser Optionen bedeutet ja Auszahlung. Dann gucken wir, was die Preise für genau diese Optionen sind und da stellen wir fest, die Position hat einen Kapitaleinsatz von 11,77. So, dann gucken wir wieder, was sind denn die Payoffs für diesen Call. Der Ausübungspreis ist 65, das heißt die Aktie muss über 65 gehen, damit der Call einen Wert hat. Das ist nur dieser Fall hier. Und für alle anderen beiden Fälle ist der Call 0 und verfällt. Und der Put hat nur dann einen Wert, wenn der Aktienkurs unterhalb von 60 ist. Das ist dann hier ganz links in der Spalte. Da sind wir dann bei 60 minus S, X minus S. Da muss man aufpassen wieder auf das X, das ist hier 60. Und das addieren wir wieder zusammen. Und dann subtrahieren wir von all diesen Positionen die 11,77. Sind wir hier bei 48,23 in der Gesamtposition. Hier, wo gar nichts passiert mit beiden Optionen nicht, bei 11,77. Die sind dann futsch. Und hier bei S minus 76,77. Und da können wir auch sehr schnell gucken, wo der Break-Even ist. Das ist ja dann leicht zu sehen. Das ist einmal 48,23 und hier oben 76,77. Und der Gewinn, der maximale ist dann, wenn der Aktienkurs 0 wäre, dann ist hier auf der Y-Achse der Wert 48,23. Hier haben wir ja auf der X-Achse den Wert 48,23. Und hier den maximalen Verlust haben wir bei 11,77. Nämlich genau dann, wenn der Aktienkurs rumdümpelt zwischen 60 und 65. Und wenn der Aktienkurs hoch ist, dann ist die Gewinnerwartung theoretisch unbegrenzt. Dann machen wir noch die fünfte Strategie, den Short-Put Butterfly. Bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal kurz an diese beiden Butterfly-Positionen. Gucken wir den Long Butterfly und den Short Butterfly mal an. Und vergleichen die mal. Und da sehen wir, wenn wir die nebeneinander stellen, dieser Long Butterfly gewinnt, wenn der Aktienkurs im Bereich um X2 bleibt. Und wenn der halt eine höhere Volatilität hat, dann verliert diese Position. Und bei dem Short Butterfly, da gewinnt man was, wenn die Volatilität hoch ist. Entweder nach unten oder nach oben. Die Gewinnerwartung ist beschränkt. Auch die Verlusterwartung ist beschränkt. Also insgesamt ist das alles eine relativ beschränkte Angelegenheit. Und sie besteht aus jeweils vier Optionen. Und wir haben eben gesehen am Bild, wir haben mit den Calls den Butterfly gebildet. Aber man kann ihn genauso gut mit den Puts bilden. Und das machen wir jetzt mal. Nur um zu sehen, dass das auch funktioniert. Wir haben also drei Ausübungspreise. Die haben wir ja schon 55, 60, 65. Einen Put, zwei Put und nochmal einen Put. Den ersten Put Short. Die zwei Put Long und einen Put Short. So, das müssen wir jetzt sagen. Müssen wir uns die richtigen Puts suchen aus der Tabelle. Short bedeutet, es ist eine Einzahlung. Hier auch. Sieben, zwölf und zwei Put 60 zusammen kosten 9,28. So, dass wir hier eine Einzahlung haben. 59 Cent. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier alles abzutesten haben. Wir haben drei Ausübungspreise. Also haben wir vier Bandbreiten, die wir testen müssen. Nämlich unter 55, zwischen 55 und 60, zwischen 60 und 65 und oberhalb von 65. Die Puts, die gewinnen nur was, wenn die Preise niedrig sind. Also der 55er gewinnt nur was für Preise von unterhalb von 55. Der 60er gewinnt nur was für Preise unterhalb von 60. Und der 65er gewinnt nur was für Preise von unterhalb von 65. Das ist eigentlich relativ einfach. Bei Calls muss man dann umgekehrt denken. Die gewinnen ja nur für hohe Aktienkurse. Was gewinnt denn ein Put? X minus S. So, der Short Put, da gewinnt der Käufer des Puts X minus S. Aber das ist das, was der Short Put verliert. Also ein Minus davor. Diese Put sind long, also X minus S, 60 minus S. Das Ganze aber zweimal. Und für alle Kurse unterhalb von 60 sind wir also hier mit dem gleichen Zahlungsanspruch hier. Zwischen 65 und 60 und unterhalb von 55. Dann haben wir noch den Short Put 65. Der wird ausgeübt vom Inhaber für Kurse unterhalb von 65. Das ist hier der Fall. Und das ist das, was der Stillhalter verliert. Und dann machen wir das Minuszeichen davor und dann ist alles gut. Und das alles rechnen wir mal zusammen. Minus 55 plus 120 minus 65 ist genau 0. Plus ST minus 2ST plus ST ist auch 0. Das heißt, diese ganze Geschichte hier addiert sich hoch zu 0. Genauso wie hier, wenn der Aktienkurs größer ist als 65, dann sieht man sofort, das ist auch 0. Für die Aktienkurse zwischen 55 und 60, das addieren wir wieder zusammen, kommen wir auf 55 minus ST. Hier ist es einfach, Minus in Klammern 65 minus S, Klammer auflösen ist ST minus 65. Und dann addieren wir noch diese 59 Cent. Dann haben wir einmal hier 59 Cent. Hier 55 plus 59 Cent. Hier addieren wir auch 59 Cent. Sind wir bei ST minus 64, 41. Und hier addieren wir auch 59. Und dann sind wir bei 59. Jetzt sehen wir also schon, für Aktienkurse unterhalb von 55 und für Aktienkurse oberhalb 65 und da ist völlig unabhängig davon, was der Aktienkurs da macht. Solange der nur drunter ist, unter X1 und oberhalb von X3, behält diese Position 59 Cent. Für den Preisbereich zwischen 55 und 65 gilt, da wird es auch negativ, wenn der Aktienkurs nah bei X2 ist. Wenn der genau auf X2 ist, das ist hier 60, was ist dann der Verlust? Dann ist der Verlust 4,41 Euro. Dazu können wir hier die 60 einsetzen oder hier die 60 einsetzen, das ist ganz egal, da kommt man immer auf 4,41. Und der Break-Even, das heißt dieser Punkt hier, die beiden Break-Evens, einmal dieser hier und einmal dieser hier, die kriegen wir dann sehr schnell raus, indem wir die Gesamtposition gleich 0 setzen. Und das ist ja da sehr leicht zu sehen, was das bedeutet. Nämlich 55, 59 und 64, 41 sind die Break-Evens. Und damit haben wir die ganze Situation dann einigermaßen erfasst. Dann haben wir alle wichtigen Parameter abgehandelt. Damit sind wir erstmal wieder am Ende dieser Veranstaltung. Bei konkreten Fragen können Sie mir gerne eine E-Mail schicken oder, das geht auch, Ihre Fragen unten in die Kommentare schreiben. Das hat den Vorteil, dass auch die Antworten jedem zugänglich sind. Bis dahin, Peace out. Bis dahin, Peace out. Bis dahin, Peace out. Peace. 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 Amen.